Die deutschen Meister haben das erste Wort. Die große Stärke, der langsame Walzer von Sascha und Natascha Karabay. Und bei diesen beiden ist ja sehr gut zu kennen, wie wichtig das Pendeln nach unten und dann das Schwingen nach oben ist. Und Natascha Karabay kann man hervorragend sehen, dass Natascha sich in der Haltung des Oberkörpers fließen lässt und nicht nur steif dasteht. Eine Stärke, dieser langsame Walzer, der English Waltz für die deutschen Meister. Zusammen auf dem Parkett mit den dritten der deutschen Meisterschaften. Dankeschön. Dankeschön. 1.20 Uhr bekommen die Paare jeweils und dann gibt es einen fliegenden Wechseln zu den nächsten zwei.